Vom 3. bis 5. Mai findet wieder Wine in the City in Trier statt. Einkaufserlebnis Trier hat auch einen eigenen Stand hier direkt am Kornmarkt. Wir haben auch eine tolle Aktion für euch vorbereitet. Für jede Newsletter-Anmeldung gibt es einen 5-Euro-Gutschein von Ticket Regional. Kommt uns also besuchen. Wir sind freitags und samstags von 11 bis 19 Uhr, sowie am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr für euch da. Weitere Infos gibt es auf www.einkaufen-trier.de www.einkaufen-trier.de